Was passiert, wenn ich alles verloren habe? Weil hier sehe ich irgendwie nicht, dass ich irgendwie ein Scaf spielen kann oder sowas. Naja, du hast doch da oben einen Laden, Digga. Da ist doch Handel. Ja, okay. Wenn dann die Kohle weg ist. Ich bin schon in so einem Schiff drin. Ja komm, hier bin ich. Wir müssen vor zum Cockpit. Hier liegt ja schon eine Waffe. Hier kriegst du immer wieder eine Waffe. Hättest auch ohne reingehen können. Wo kriegst du? Ja, Munition auch. Achso. Du hast doch eine Schrotflinde. Schnapp dir das Zeug. Jetzt habe ich eine... Ah, so. Damit hat es sich schon erklärt. Du kriegst immer eine Waffe, wenn du reinkommst. Was sind das für Arschlöcher? Nein, wir gehen drauf. Wir gehen drauf. Ich habe den einen Turm. Wir können in eine Kapsel. Los, komm mit. Wir gehen in eine Kapsel. Wir nach. Alter, das ist auch noch viel zu laut. Mir nach. Schnell, schnell. Wir müssen hier raus. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Wo bist du? Hier. Aua. Oh nein. Au. Hier rein in so eine Kapsel. Nee, kann ich deine nehmen? Nee, natürlich nicht. Du musst deine eigene nehmen. Gibt ja vier davon. Ich schaff das. Ja, los. Und dann fliegen wir mit der Kapsel in die... Alter, ich verblute hier in der Waffe. Ich auch rein. Was ist denn das für ein Scheiß? Rettungskapsel. Ich bin nicht tot. Ich flieg. Ich flieg. Wo muss ich hin? Wir müssen ja unten rein. Ich habe etwas verfehlt. Wo bist du? Bist du schon unten? Ich bin drin. Ich bin drin. Nee, Alter, ich bin vorbei. Was ist... Alter, wie fliegt denn das Ding? Ich... Hä? Warum ist der Eingang rot? Ach so. Du musst eindringen, sozusagen. Oh, flieg doch mal zurück, du Assi-Kapsel. Wo muss ich eindringen? Du musst jetzt auf dieses rote Ding zufliegen und dann boostern und E drücken. Nee, läuft... Hä? Geht doch gar nicht. Nee, warte. Wir können wahrscheinlich nur ein Raumschiff rammen oder sowas. Deswegen lass uns mal zusammen zu einem Raumschiff fliegen. Aber ich... Ich sehe dich nicht. So, warte. Wir gehen mal hier ganz kurz rechts. Also das ist hier 1A. 1A. Das war geil. Hier ist ein Schwein. Gucken wir, ob wir hier irgendwas lügen können und dann hauen wir auch gleich wieder ab. Man kann ja auch nicht leise laufen. Ich habe hier ein Tor aufgemacht. Ich sehe es. Wir gehen jetzt einfach immer nur so, dass wir uns das merken. Ich habe schon jetzt die Orientierung verloren. Ich habe hier was zu essen gefunden. Da stapft Wasser. So eine Dose. Oh, ich habe Blut. Ja, ja. Lüb mal. Geil. Wasser. Wasserflasche. Schokolade. Ja, das Wasser schon ohne... Ah, hier unten habe ich noch ein bisschen. Hier auf dem Tisch liegt auch noch eine Schokolade. Oh, jemand da rankommt. Es lässt sich da ein bisschen blöde... Bluten, ne? Ja. Ich habe einen umgelegt. Yippie. Ich halte meinen Aston Kill. Mach es schon auf. Ach, du bist der Käpt'n. Ja, du kannst... Ah, das heißt... Wenn ich draufgehe... Wenn du stirbst, muss ich deine Schlüsselkarte holen. Sonst komme ich nicht mehr weg. Ja, ich glaube es. Kannst du die nehmen, ja? Achso, es ist ja eh nichts sicher. Ja, ja. Du kannst die Schiffe auch klauen. Ey. Ist hier einer bei uns in der... Ne, das warst du. Ich dachte, es ist schon einer in die Bude gerannt. Warte mal. Ein... Kills... Kills... Zwei. Anzahl Kills habe ich zwei. Oder steht das bei dir auch? Kills besteht bei mir gar nichts. Jetzt... Du bist entkommen, dann hast du so eine Übersicht. Ja, du bist entkommen und ich habe gar keinen Kill. Du hast die beide weggemacht. Ah, okay. Es waren nur zwei Raider. Raider sind es gewesen. Keine Spieler. Ja, ja. Hm. Muss ich mich jetzt irgendwie nochmal verbinden? Oder heilt der sich jetzt selber? Oder wie funktioniert das? Das weiß ich auch nicht. Was waren wir? 5E waren wir, ne? Ich habe es vergessen. Nicht vergessen, Mann. Ich bin doch genauso vergesslich. Hier vor mir. Kommst du? Ja. Ich habe ihn! Ja, Mann! Oh, du Tier! Hey, habe ich jetzt einen Treffer angekriegt? Oder was war das? Wir haben vergessen zu gucken, ob wir vorhin schon so aussahen. Also, ich hatte vorhin in dem Spiel einen schwarzen Kopf. Und jetzt auch noch. Ne, du musstest was essen. Aber ich habe auch nichts. Ich habe hier eine Platte. Die kann ich aber nicht nehmen. Wie eine Platte. Nein, hier ist noch so eine, kannst du reingucken. Ich habe jetzt einen Helm auf und eine Platte. Ah, okay. Die Platte. Was ist das hier? Alter, eine komplett kaputte Knarre. Alter, eine SB40. Bring mir jetzt auch nichts. Boah, das sind aber keine guten Waffen. Ich bin aber jetzt, guck mal, ich bin auf jeden Fall halb runter. Mein Kopf ist oben, steht mir fein. Die Waffe ist nicht gut, die er hat. Äh, die ist gut, die er hat. Ja, da geht ja noch einen höher, weißt du. Hier geht's. Lass mal hier unten rein. Hier links hoch. Warte, ich habe was gesucht. Ich habe was gefunden, meine ich. Ja, ich bin hier unten reingegangen. Oh, ich habe einen Rucksack. Geil. Ja, dann, ja. Dann hol dir die Platte. Ja, wo waren die jetzt? Da drüben. Hauptsache, da knallt mich jetzt nicht ab. Nee, wo waren die Platte? Hier sind wir hochgekommen. Wo waren die? Ah, hier. Hey, wieso kann ich die nicht in die Tasche tun? Ich kann sie nicht anziehen? Die, die Weste kann ich auch nicht reintun. Kann ich die Weste, kann ich in die wegschmeißen? Kryptisch. Ich habe einen. Hast du mich jetzt erschossen? Ja. Du hast mich erschossen. Oh nein. Oh. Ey, wieso kommst du von links? Wir waren da rechts. Ja, ja. Ich wollte dir entgegenkommen. Oh, ich bring dir dein Zeug mit rein. Kannst du gar nicht. Warum nicht? Na, weil du gar nicht so viel Platz hast. Oh, du hast eine Kapitänskarte. Ja, ich habe doch einen Rucksack gefunden. Ja, ich habe den anderen Typen da alles komplett ausgezogen, ne? So, aber deine Weste, die kann ich nicht mitnehmen. Aber die kannst du ja gleich direkt vom Schiff wieder nehmen. Ne, aber du kannst sie herstellen. Wir brauchen unbedingt diese S&P Tokens oder sowas. Ah, ich habe irgendwas freigeschaltet. Ah. Wo? Achso, ich habe die Tasche freigeschaltet. Ja, aber wie hast du denn diesen Token da gekriegt? Token? Dieses S? Das ist Stufe. Achso, ich bin immer noch Stufe 0. Ah, alles klar. Das ist eine Stufe. Oh Mann. Der Hamm, Alter. Aber was ist das? Total unterm Radar. Gar keine Ahnung von nichts. Ja, das ist das Problem, ne? Jetzt suchen wir Loot und so, weißt du? Und nebenbei muss da auch noch auf die anderen. Da, Poppy! Ich habe ihn. Boah, was hat er denn hier für eine Knüfte? Ich bin hier in der Mitte in diese Säule reingerannt. Ich weiß nicht, ich habe es gehört. Ich höre was. Ich habe ihn. Hast du ihn? Sehr gut. Alter, das muss ja ein Spieler gewesen sein. Oh ja. Schmeiß doch die scheiß Weste weg. Mensch, du Assi. So ein Dreck. Man, bin schon aber völlig am ausflippen hier. Was ist denn? Jetzt hat der hier oben... Oh, ich brauche was zu essen. Ah, ich habe einen Verband. Oh, Alter. Ich hatte nur noch... Oh, meine Füße. Jetzt kann ich das nicht mitnehmen hier. Verband. Werkzeugset. Kann ich noch hier irgendwas essen? Ich brauche irgendwas zu essen, aber ich kratze gleich ab. Wieso? Was hast du denn? Na, der hat mich getroffen. Ja, ja, aber... Ja, was soll ich denn haben? Patronen im Wands gehabt. Das ist eine Duschgansfragen gestellt. Ja, aber was heißt das? Ist das bei dir alles grün da? Oder nicht mehr grün? Oder alles schon fast rot? Ja, alles fast schwarz. Ich habe bloß noch bis zu den... Meine... Meine Schienenbeine. Das sind gelb. Dann zurück. Zurück. Achso, und raus meinst du? Naja, klar. Was soll's. Du musst ja nicht über Strabazitieren. Strabazitieren ist doch witzig. Boah, was ist da drin? Boah, ich nehme einen Helm mit. Hast du auch einen Helm? Ja... Nee. Ich habe das Metall mitgenommen. Achso, okay. Gibt es ja eigentlich auch Surge-XP? Habe ich noch nicht gesehen. Welcher Eingang? Wie heißt unser Flugzeug? Ich muss hier wieder so raus. Keine Ahnung. Nee, dann müssen wir jetzt nochmal zurück und gucken. Oder? Nee. Scheißegal. Scheißegal. Wir müssen jetzt zurück und gucken. Und nachher auch bloß. Weißt du? Alter, ich bin tot. Nee, komm man. Alter, ich habe ihm richtig die Salbe reingedrückt. Alter. Habe ich überhaupt geschossen, Alter? Diese Pistole. Diese Dreckswaffe. Nee. Nee. Man kann halt auch keine Rucksäcke kaufen irgendwie bei diesen Vollidioten. Oh nein. Was? Kannst du aber zurück? Weiß ich nicht. Nö. Irgendwie nicht mehr. Ja. Er blutet noch nicht. Du hast ihn noch nicht einmal getroffen. Na klar. Ich habe geguckt. Der brennt doch schon. Was? Das ist ein Triebwerk. Doch. Jetzt. Gut ist er. Schön. Geil. Töger. Sagt er. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich muss gerade sagen. Ich habe ihm eine ganze Salbe an den Pflanz geplatzt. Ja. Das sah gut aus. Zum Schluss. Am Anfang irgendwie nicht. Bist du das? Ja. Ich habe eine Chance. Ich bin noch am Leben. Das war bloß hier wieder so ein Halbgewalkter. Hatte nichts Gescheites. Hast du eine Rüstung? Nee. Ach doch. Ja klar habe ich eine. Ja der hat auch eine. Kann man jetzt irgendwie nicht mitnehmen. Nee. Ist ja auch nichts versichert. Das kommt ja auch nichts zurück. Au. Bin doch Alter in den Kopf geschossen. Der kommt von hinten. Ist einer. Dicke. Alter. Warum sterbe ich denn hier immer gleich direkt. Alter. Ich gucke um die Ecke. Ich lehne noch. Und kriege voll in die Fresse. Ah komm. Leck mich doch. Ich habe keinen Bock mehr eigentlich. Das ist doch Assi-Spiel. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe einen Gefangenen-Erschhausen. Ey. Dabei schießt du uns einer. Schießt du mal zurück? Das gibt es doch gar nicht hier. Ich weiß nicht wo der ist. Ey. Von rechts und von links kriegen wir es hier. Ich sehe sie nicht. Das sind die Türme Mann. Und jetzt die Türme auch noch. Ey. Ist das nicht asozial? Wie willst du denn hier in die scheiß Bude reinkommen? Ich flieg uns noch rein. Ja wir sind drin. Ne sind wir nicht. Ne. Wir müssen zur Kapsel. Asoziale. Ach mit einer Kapsel kommen wir wieder nicht rein in die Bude. Ach hör mir doch auf. Kann ich das Schiff noch steuern? Warte mal. Ich versuch's nochmal. Ja wie kann ich denn hier? Das war das F ne. Flieg du Assi-Schiff. Oh ich kann's noch. Ich kann's noch steuern. Langsam. Ja dann bring's rein. Alter. Du bist total vernetzt. Du siehst so schlimm aus. Dein halbes Auge hängt raus. Aua. Ja da ist noch so ein scheiß anderes Schiff. Schieß mal zurück. Ich kann nicht schießen. Ach so. Der Schürzturm ist kaputt glaube ich. Er dreht sich noch. Wo ist der? Ja jetzt. So wir sind gelandet wenigstens. Oh komm. Danke. Er klapperte. Gut. Noch einer? Ich hab einen. Warte raus Deckung. Ist runter ist runter hab ich. Okay. Du oder du ist egal. Ich muss ihn ja erstmal flicken. Ach so. Einen Rucksack hab ich auch wieder nicht mit aber. Ich auch nicht. Oh er hat einen Helm. Was hat denn der? Eine Granate. Einen Dietrich hab ich gefunden. Ich kann nicht durch. Auch so. Hat schon seinen Reiz das Spiel. Muss ich sagen. Kann ich nicht snaps links. Da wo du jetzt hingehst. Ist der down? Schnell decken bleiben. Hast ihn? Einen? Ne ich hab auch keine. Doch. Einen hab ich. Waren es zwei? Eigentlich schon. Oh. Der hat mich. Mit was hat der geschossen? Pass auf. Der ist da noch. Der kommt jetzt rein. Krass man. Warum sterbe ich immer gleich als erstes mit zwei Schuss? Mann. Keine Heilung hier. Was ist denn das für ein Scheiß? Ey. Ich war zuerst auf ihm drauf. Bin auch tot. Ich hab drei Prisoner erschossen. Steht hier. Da werde ich getötet von PitConnect.